Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur inzwischen siebten Vorlesung meiner Miniserie über das Weltbild der Physik. Die habe ich eingefügt in die vorlesungsfreie Zeit zwischen dem Wintersemester 2020-21 und dem Sommersemester 2021. Allerdings bin ich ein bisschen hinterher. Das Sommersemester hat jetzt schon begonnen. Das heißt, ich mache zweimal die Woche die große Vorlesung Energie und Klima und mache jetzt zusätzlich eine dritte Vorlesung in der Woche über das Weltbild der Physik. Und diese Vorlesung, das Weltbild der Physik, das ist sowas wie eine Zusammenfassung der Wissensgrundlagen über die Struktur unseres Universums. Also deswegen haben wir das auch Katechismus genannt, dieses Buch, was ich zusammen mit Ernst-Peter Fischer vor ungefähr einem Jahr publiziert habe. Und diese Mini-Vorlesung, die richtet sich ein bisschen nach dem Inhalt dieses Buches. Und Katechismus ist ja in der Sprache der Religion so eine Zusammenfassung der Glaubensgrundsätze. Und die Physiker, die haben natürlich keine Glaubensgrundsätze, sondern Wissensgrundsätze. Also zumindest wird es im Experiment meist überprüft. Und das ist so das Kondensatz eben des Wissens der Physik, was ich hier vermitteln will. Wie gesagt, siebte Vorlesung. Wir haben schon allerhand gemacht. Und zwar sind wir im Kapitel 5. Also die Idee war, dass man ein Universum baut aus so bestimmten Grundelementen. Und das erste Grundelement ist erstmal der leere Raum und die Zeit. Und nach Einstein ist das eine Einheit. Also die Raumzeit. Das ist die leere Bühne. Und auf dieser Bühne, da agieren Schauspieler bei einer richtigen Bühne. Und im Universum sind das eben die Teilchen. Deswegen gab es eben auch eine Vorlesung über die Teilchen. Und die Teilchen, meine Schauspieler, die wechselwirken miteinander über Kräfte. Und da gab es eben, das war die letzte Doppelstunde, etwas über die Naturkräfte. Und jetzt geht es um die Regeln, wie das Ganze abläuft. Ähnlich wie im Straßenverkehr gibt es Naturgesetze, die den Ablauf, wie diese Teilchen, also meine Akteure, wie die miteinander agieren können. Also wie diese Kräfte wirken. Und das sind die sogenannten Naturgesetze. Und das ist eben die Idee, das Weltbild der Physik in solche Grundkomponenten eines Universums zu zerlegen. Also die leere Bühne, die Raumzeit, dann die Teilchen, dann die Kräfte zwischen den Teilchen und jetzt eben die Gesetze, die das Ganze regeln, damit es nicht vollkommen chaotisch abläuft. Ja, vielleicht erlaubt man mir ganz am Anfang jetzt noch eine Bemerkung in eigener Sache. Es sieht jetzt Ende April 2021 so aus. Oder sagen wir mal, die Zeichen mehren sich, dass wir aus der Pandemie entkommen können. Und dann wäre es ja denkbar, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2021, dass wir dann wieder Veranstaltungen haben, wo es richtige Vorträge gibt mit so Publikum. Da kann man auch mal ein Quiz machen oder ein Scherz und dann lacht auch mal jemand. Also ganz anders als hier alleine in meinem Keller. Und dazu möchte ich sagen, dass ich eine kleine Firma gegründet habe und über diese Firma kann man mich buchen zu Vorträgen, zum Beispiel im privaten Umfeld, aber auch gerne bei Firmen-Events oder Seminaren oder Schulungen. Und wir machen auch mit dieser Firma Studien. Also man kann mich buchen und zum Beispiel hier über diese E-Mail-Adresse info at 4psciencelab.com. Und die Themen, die möglich sind, sind Energie und Klima. Das ist die große Vorlesung, die ich gerade regulär im Masterprogramm der Universität halte. Aber auch Nanotechnologie und natürlich auch das Weltbild der Physik. Und meine Firma steht für ideologiefreie und auch verständliche Informationen über naturwissenschaftliche Themen für Laien speziell. Also das ist die Idee, dass ich vielleicht mal die vielen Zuhörer meiner YouTube-Beiträge dann auch mal persönlich, also nicht alle auf einmal, aber eben so bestimmte Teilmengen der Zuhörer, dass ich die mal wieder persönlich treffen kann, wenn wir dann endlich diese Pandemie überwunden haben werden. Ja, nun weiter mit meinem Video über die Naturgesetze. Ihr nochmal mein Bild, das hat schon mal ein paar Mal gezeigt. Da ist also der leere Raum, das ist diese graue Substanz hier, das Raum und Zeit. Dann die Akteure, das sind die Elementarteilchen. Die habe ich hier so als bunte Kulern gemalt, aber es sind weder Kulern noch sind sie bunt. Und die Pfeile hier, das sollen die Kräfte sein. Und das Ganze richtet sich nach Verkehrsregeln. Und da habe ich hier als Symbol mal so eine Geschwindigkeitsbegrenzung genommen, wie man sie im europäischen Straßenverkehr findet. Das ist also typische Geschwindigkeitsbegrenzungsschild. Da steht normalerweise 120 oder 30 drin, zum Beispiel für Innerorts dann in Wohnzonen 30 Stundenkilometer. Und hier steht jetzt C drin. Und C steht für die Lichtgeschwindigkeit. Denn wir haben in unserem Universum eine Maximalgeschwindigkeit. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und das ist zum Beispiel ein Naturgesetz. Und im Folgenden möchte ich in aller Ruhe mal die Grundlagen dieser Naturgesetze, also eine Übersicht darüber, erarbeiten. Ja, fangen wir erstmal damit an, dass es eben keine Zauberei gibt. Und das nennt man in der Kindesentwicklung übrigens die Erkenntnis der Objektpermanenz. Das heißt, ein Mensch muss irgendwann mal erkennen, wenn er so in der Entwicklung ist, also nur wenige Jahre alt, zwei, drei Jahre alt, dass ein Objekt wie zum Beispiel hier diese Fernsehung für die Kamera, die verschwindet nicht einfach und erscheint an irgendeinem anderen Ort wieder. Sondern wenn man sich kurzfristig nicht sehen kann, ich verstecke sie hinter meinem Rücken, dann ist sie immer noch hinter meinem Rücken, obwohl ich sie nicht mehr sehen kann. Und kann man sagen, ist trivial. Ja, das bedeutet aber auch, dass man kein Kaninchen aus einem Hut zaubern kann. Also zaubern in dem klassischen Sinn, dass irgendetwas plötzlich verschwindet oder erscheint, das gibt es unter Normalbedingungen in unserem Universum nicht. Also unter Normalbedingungen, da meine ich zum Beispiel nicht in der Nähe eines schwarzen Loches, da kann alles Mögliche und Merkwürdige passieren. Aber so unter Normalbedingungen wie auf der Erde, da haben wir die Objektpermanenz. Und in der Sprache der Physik sind das die großen Erhaltungssätze hier. Groß, weil sie fundamental sind. Energie, Masse, Impuls, Drehimpuls und dann gibt es auch noch eine Ladungserhaltung und noch eine ganze Menge mehr Erhaltungssätze. Und Erhaltungssätze heißt, wenn ein Kaninchen irgendwo erscheint, dann muss es vorher schon in der Nähe gewesen sein. Es verschwindet eben nicht und es erscheint nicht. Das Kaninchen ist erhalten. Und das gilt insgesamt zum Beispiel in erster Linie ist vielleicht eines der fundamentalsten Naturgesetze überhaupt. Das ist der Satz von der Erhaltung der Energie. Und danach gibt es auch kein Beamen übrigens. Für die Science-Fiction-Fans, dass man, also Raumschiff Enterprise war das, glaube ich, beam mich nach unten, Scotty. Das ist so ein Satz im Englischen. Da klingt es eigentlich noch ein bisschen besser. Aber jedenfalls ist es, dass man mit dem Raumschiff, die ja eigentlich für den freien Raum oder fürs Vakuum gebaut sind, eigentlich nicht auf einer Planetenoberfläche landen kann. Oder es ist jedenfalls sehr unpraktisch. Und da lässt man sich runter beamen. Das heißt, man hat so einen Raum im Raumschiff, da wird man gescannt von so einem Scanner und gleichzeitig verschwindet man. Und dann erscheint man irgendwo auf dem Zielplaneten auf der Oberfläche. Das heißt, zwischendurch wird der Mensch in einen Energiestrahl umgewandelt und dann wieder in Masse, also Mensch, zurückverwandelt. Und das wäre zwar rein von der Energiemassenerhaltung, denn Energie ist ja gleich Masse nach Einstein, wäre das immerhin mal denkbar. Ja, man könnte also einen Menschen irgendwie in der Momentaufnahme scannen und dann eben, ja, also zerlegen in seine Atome, jedes Atom einzeln in einen Energiestrahl umwandeln und dann unten auf der Planetenoberfläche wieder zusammenbauen. Aber das wäre eine so gewaltige Energiemenge, dass wenn da irgendwas schief geht, bei so einem Gramm Masse, das ist ja ungefähr die Energie einer Atombombe, nur ein Gramm. Und wenn da was schief geht, dann würde das den Planeten zerstören. Also selbst wenn beamen möglich wäre, irgendwie denkbar, ja, also Masseenergieäquivalenz würde jetzt nicht gegen den Energieerhaltungssatz grundsätzlich verstoßen. Aber die Energiemenge, die auch nur einem Gramm Masse entspricht, ist so ungeheuer, dass mir diese Technologie, selbst wenn wir sie hätten, ein bisschen gefährlich erscheint. Deswegen steht hier vorerst, also es verstößt, wenn wir wirklich Masse des Menschen in Energie umwandeln, nicht gegen den Energie und Masse. Das ist verknüpft Erhaltungssatz. Jedenfalls im Prinzip nicht, aber die Energiemenge wäre unvorstellbar groß. Ja, okay, also zunächst mal gibt es da kein Beamen. Es verstößt eben auch gegen die Objektpermanenz. Aber wie gesagt, man kann in unserem Universum unter Extrembedingungen Masse in Energie verwandeln und auch Energie in Masse. Aber die Summe aus Masse und Energie, die muss immer die gleiche bleiben. Das ist der Energiemassenerhaltungssatz. Und der heißt in der Physik eigentlich Erhaltungssatz der Energie. Und das bedeutet auch, dass die Masse erhalten ist unter Normalbedingungen. Und das wäre dann die Objektpermanenz. Also was sagt denn jetzt eigentlich der Erhaltungssatz der Energie in der Physik wirklich aus? Das ist dieser Satz hier. Ich habe es mal so formuliert. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden, sondern nur von einer Energieform in eine andere umgewandelt werden. Das Endstadium ist Wärmeenergie. Wir haben so ein bisschen eine Hierarchie von Energieformen. Zum Beispiel elektrischen Strom kann ich zu nahezu 100 Prozent in Bewegungsenergie umwandeln. Ja, weil elektrischer Strom, Elektrizität ist eine qualitativ hochwertige Energieform. Und das bedeutet, dass so ein Elektroauto einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, 90 Prozent oder sowas. Ja. Dagegen kann ich also chemische Energie nicht so leicht in Bewegungsenergie umwandeln, denn die Energie im Benzin wird erstmal, das Benzin wird verbrannt im Motor. Dann wird es zu Wärmeenergie. Und Wärmeenergie, das ist die Energieform mit der niedrigsten Qualität. Die kann ich nur teilweise, also typischerweise die Hälfte oder ein Drittel, in mechanische Energie umwandeln. Und deswegen ist der Wirkungsgrad von Benzin oder Dieselautos, der ist eben nicht so hoch. Der liegt eben zwischen 30 und 50 Prozent. Na, das Endstadium ist Wärmeenergie. Wärmeenergie kann nicht mehr vollständig in eine höherwertige Energieform zurückverhandelt werden. Über allem steht aber dieser Energieerhaltungssatz. Also die Summe aus allen Energieformen und Masse muss immer die gleiche sein. Allerdings, wenn der Wärmeenergieanteil größer wird, ist der Rückweg, also Rückverwandlung von Wärme in mechanischer Energie, der geht zwar teilweise, aber nicht mehr zu 100 Prozent. So, jetzt sieht man hier dieses schöne Bild, das habe ich aus einer Publikation. Hier ist der Link, das ist eine wissenschaftliche Publikation. Hier unten, das kann man auch eintippen, dann findet man die Publikation. Da haben wir eine schiefe Ebene und da rutscht was runter, nämlich in diesem Fall eine Lawine. Das ist eine Simulation. Die haben das ausgerechnet. Und wenn irgendwas eine schiefe Ebene runterrutscht mit Reibung, dann wandelt sich ja mechanische Energie oder gesauer gesagt Lageenergie, potenzielle Energie, habe ich mal erklärt, was das ist, potenzielle Energie, also dadurch, dass irgendwas oben ist und es fällt runter, dann wird das erstmal umgewandelt beim Runterfallen in kinetische Energie. Aber wenn das mit Reibung passiert oder es schlägt unten auf, wo bleibt denn dann die Energie? Also wenn ich jetzt irgendwas fallen lasse und es fällt runter, dann wird es ja beschleunigt. Das heißt, es wird potenzielle Energie in diesem Gravitationsfeld, mögliche Energie, Lageenergie kann man es auch nennen, umgewandelt in kinetische Energie, Energie der Bewegung und wenn es unten angekommen ist, schlägt es auf und dann ist es in Ruhe. Ja, wo ist denn da der Energieerhaltungssatz? Weil das Ding macht dann Wärme, es wird warm. Nur das ist relativ ein Normalfall, also wenn ich jetzt hier meinen Zeigestock fallen lasse, dann ist da so wenig Energie, so wenig Wärme, dass ich nicht merke, dass da was warm wird. Aber bei einer Lawine und das ist hier die Simulation einer Lawine, da merke ich durchaus, dass was warm wird, weil riesige Massen hunderte von Metern oder vielleicht auch ein Kilometer nach unten rauschen und da wird eine Menge Lageenergie, potenzielle Energie umgewandelt in Wärmeenergie. Das heißt, so eine Lawine müsste eigentlich warm werden und muss zugeben, bevor ich diese Publikation hier gelesen habe, da war mir das noch nicht aufgefallen, dass natürlich eine Lawine, also eine Schneelawine, wenn die runterrollt, dass die warm werden muss. Und die haben das hier simuliert und das ist oben, also es ist leider alles auf dem Kopf, also unten im Bild hier ist oben auf dem Berg und hier ist das Tal, also Schwaderloch, das ist ja so ein Ort, den haben sie mal genommen für die Simulation, da ist auch wirklich mal eine Lawine runtergekommen und wir sehen hier oben im Farbgrot, da ist das Blau und Blau, achso, die Dekodierung habe ich nicht, Blau ist minus 1 oder minus 2 Grad, das ist also wirklich gefrorener Schnee und Rot ist ziemlich genau 0 Grad und wir sehen hier, dass das erste Stück, also das rauscht nur 100 Meter oder 50 Meter runter und dann entsteht schon so viel Wärmeenergie durch diese Reibung der Schneekörner gegeneinander, also da wird Lageenergie über Reibung in Wärme umgewandelt, dass sich der Schnee auf 0 Grad aufheizt und dann bleibt es bei 0 Grad. Aber trotzdem wird hier jede Menge Energie frei und was hier passiert ist, dass ein Teil des Schnees schmilzt, das heißt es wird eigentlich Schneematsch, weil diese ganze frei werdende Energie zwar dieses Gemisch aus Wasser und Schnee nicht weiter erwärmen kann, weil ja immer noch Eis drin ist, das ist wie so ein Glas mit Cola, wo jetzt Eiswürfel drin sind, die langsam auftauen, die Flüssigkeit bleibt sehr genau bei 0 Grad, aber immer mehr von dem Eis wandelt sich um in Flüssigkeit, weil ja von außen Wärme zugeführt wird und hier wird also die ganze Lage Energie letztendlich dazu benutzt, um den Schnee teilweise zu schmelzen, bleibt aber bei 0 Grad, das heißt hier unten kommt dann so eine Mischung aus Schneematsch und Schnee an. Ein Teil des Schnees ist also geschmolzen durch die frei werdende potenzielle Energie, während es diese schiefe Ebene hier Reibung, jede Menge Reibung runterrutscht. Das ist so eine Anwendung der Energieerhaltung. Noch schlimmer ist es, das hatte ich schon mal erwähnt, wenn so ein Meteorit oder ein Asteroid auf einer Oberfläche eines Planeten einschlägt, dann schmilzt die teilweise auf, weil da so viel kinetische Energie, Bewegungsenergie umgewandelt wird in Wärmeenergie. Also es ist so eine Demonstration des Energieerhaltungssatzes. Das geht übrigens auch im Schulunterricht, da kann man mit einer Infrarotkamera sehr sensibel kleinste Temperaturunterschiede feststellen und wenn man was ein Brett runterrutschen lässt, also ich habe meinetwegen einen Bleiklotz, den lasse ich so ein Brett runterrutschen, schiefe Ebene, dann hinterlässt das Ding so eine Wärmespur, Reibungswärme. Das Brett ist da, wo dieser Klotz runtergerutscht ist, der ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein bisschen warm geworden. Okay, das ist also so eine Demonstration des Energieerhaltungssatzes. Man kann das auch mal ganz durchspielen, also wir können im Universum keine Energie erzeugen und keine vernichten. Das heißt, wenn irgendwo Energie auftaucht, meinetwegen in der Form beim Autofahren von einem Liter Diesel oder Benzin, da muss diese Energie irgendwo herkommen und da, wo sie herkommt, da muss sie auch wieder irgendwo hergekommen sein. Das heißt, diese Energie kann man über das ganze Leben des Universums verfolgen und letztendlich kommt alle Energie aus dem Urknall. Beispiel Diesel. Wir gehen in der Zeit zurück. Wo kommt die chemische Energie, die freiwillige, wie ich das Dieselöl verbrenne, wo kommt die eigentlich her? Und sie kommt erst mal aus dem Erdöl. Also Erdöl wird irgendwie raffiniert zu Diesel. Also Erdöl. Okay, Erdöl kommt aus dem Boden. Wo stammt das her? Das Erdöl stammt von Meereslebewesen, die vor 50 oder 100 oder 200 Millionen Jahren gelebt haben, in den oberen Schichten eines Meeres und zum Beispiel Plankton, also grüne Algen oder sowas, die haben Photosynthese betrieben, also Sonnenlicht geerntet und es umgewandelt in chemische Energie, also Kohlenwasserstoffe in diesem Fall. Diese Energie im Erdöl kommt also über die Meereslebewesen letztendlich aus Sonnenenergie. Also die Sonne, die scheint eben schon ganz schön lange und das Erdöl ist gespeicherte Sonnenenergie der letzten ungefähr 500 Millionen Jahre. Okay, wo kommt die Sonnenenergie her? Wir können ja keine Energie erzeugen. Also wo kommt die Sonnenenergie her? Die kommt aus der Wasserstofffusion im Innern der Sonne. Im Innern der Sonne läuft die ganze Zeit ein Verbrauch von Wasserstoff, das wird fusioniert zu Helium. Also in diesem Schritt wird Energie frei, das ist in diesem Fall der Kernenergie. Ja, jetzt kann man sagen, wo kommt der Wasserstoff her? Ja, der Wasserstoff kommt eben aus dem Urknall. Also praktisch aller Wasserstoff, den wir so jetzt normal finden, stammt tatsächlich ursächlich aus der Entstehungsphase des Universums aus dem Urknall. Da hat das Universum also mit dem ganzen Wasserstoff einen Haufen Energie bekommen und mit dieser Energie läuft das ganze Universum die ganze Zeit. Also die Sonnen brennen mit diesem Wasserstoff und so weiter. Also es kommt aus dem Urknall. Jetzt können wir in der Zeit in der anderen Richtung gehen. Wir haben also dieses Diesel und fahren jetzt Auto. Wo bleibt denn die Energie? Sie kann nur in was anderes umgewandelt werden. Und das geschieht eben über die Reibung von den Reifen oder Luftreifen, geschieht es in Abwärme und das ist Reibungswärme. Es wird also einfach warm und ein Teil der Energie, die in dem Dieselöl steckt, wird auch gar nicht in mechanische Bewegungsenergie umgesetzt, sondern Motor wird einfach warm. Eben weil ich Verbrennungswärme aus diesen Verbrennung von Diesel kann ich eben nur zum Teil in mechanische Energie umwandeln. Einiges wird sofort in Wärme umgewandelt und deswegen wird der Automotor immer so heiß. Der braucht ja Kühlwasser. Ja, wo bleibt die Reibungswärme dann auf der Erde? Die Erde strahlt ihre überschüssige Wärme und dessen Haufen, aber nicht aus dem ganzen Autofahren, sondern von der eingestrahlten Sonnenenergie wieder als Infrarot-Wärmestrahlung ins Weltall ab. So, da verschwindet also letztendlich auch die Energie, die in unserem einem Liter Diesel gewesen ist. Die Erde strahlt das als Infrarot-Strahlung wieder ab ins Universum und im Universum landet diese Wärme letztendlich in der Hintergrundstrahlung. Das ist sozusagen die Grundwärme des Universums. Das ist eine Mikrowellenstrahlung. Es ist aber eigentlich, ja, es ist eine sehr kalte Wärmestrahlung, wenn man so will, aber es ist eben eine sehr niedrige Temperatur, irgendwelche 2,7 Grad Kelvin und bei der niedrigen Temperatur ist das, was wir als Wärmestrahlung bezeichnen, ist dann gar nicht mehr Infrarot-Strahlung, sondern noch langwelliger Mikrowellenstrahlung. Aber letztendlich verschwindet die Energie in unserem 1 Liter Diesel in dem allgemeinen Wärmebad des Universums in dieser Hintergrund, in der kosmischen Hintergrundstrahlung und die kühlt sich immer weiter ab, weil das Universum expandiert und letztendlich wird das Universum mit all diesen ganzen Energieformen aus dem Wasserstoff, der primären Energie aus dem Urknall, alles wird dann da enden in diesem Wärmebad der kosmischen Hintergrundstrahlung bei immer niedrigerer, mittlerer Temperatur im Lauf der Jahrmilliarden. Also man kann die Energie immer vom Urknall verfolgen bis zum Ende des Universums. Energieerhaltungssatz. Es bedeutet übrigens auch, dass auf unserer Erde, jedenfalls wir haben ja keine schwarzen Löcher und solche Extremsachen, dass da alle Atome immer vorhanden sind. Also selbst die Atome aus denen mal, oder Moleküle, ne Atome, die Atome aus denen die Dinosaurier bestanden, die gibt es immer noch. Ja, wenn man so ein Atom labeln könnte, also macht eine kleine Markierung dran, das war ein Atom aus einem Tyrannosaurus rex, dann könnte man das heute wiederfinden. Und es gibt so Berechnungen, weil es eben sehr viele Atome sind, aus denen so ein Dinosaurier besteht, dass auch heute die lebenden Menschen wahrscheinlich einige, das hat irgendeiner mal ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es 10 oder 100 Atome sein müssen, die auch der heutige Mensch in seinem Körper eingebaut hat, die vielleicht vor mehr als 65 Millionen Jahren mal im Körper eingebaut waren, eines Dinosauriers. Aber es gehen keine Atome verloren, aus dem gleichen Grund, warum man keine Karnickel aus dem Zylinder raus zaubern kann. Das ist der Erhaltungssatz der Energie, der eben gleich auch bedeutet, unter Normalbedingungen Erhaltungssatz der Masse. Das bedeutet aber auch, dass unsere Rohstoffe, unsere Mineralien nicht verloren gehen, sondern sie werden nur anders verteilt, ähnlich wie die Energie, die ja immer feiner verteilt wird, in Form dieser Hintergrundstrahlung. Und so ist es auch mit unseren Rohstoffen, zum Beispiel die seltenen Erden, die man für die Windenergie, also für alle möglichen Anwendungen der erneuerbaren Energien braucht, die werden ja nicht verbraucht, sondern sie werden in Lagerstätten, wo sie hoch angereichert sind, durch natürliche Prozesse abgebaut. Dann baut man daraus Elektroautos oder alles Mögliche, was man mit seltenen Erden so machen kann. Also für Magnete werden die gebraucht und dann werden sie weggeschmissen und dann landen sie auf unseren Müllhalden. Aber die Atome sind immer noch da und man könnte aus den heutigen Müllhalden, könnte man, das ist aber, das bedeutet, man muss Energie aufbringen, könnte man die wieder sortieren und die kostbaren Mineralien da wieder raus extrahieren. Allerdings, weil sie fein verteilt sind, kostet das relativ viel Energie. Aber es geht im Prinzip auf unserer Erde nichts verloren, außer der Energie, die in Form von Infrarotstrahlung abgestrahlt wird. Aber die Atome, die sind alle noch da. Das war der Erhaltungssatz der Energie und der Masse. Ja, und das ist einer der drei ganz großen Erhaltungssätze, die absolut fundamental für die Physik sind. Der zweite fundamentale Erhaltungssatz ist der von der Erhaltung des Impulses. Impuls ist nach der Physik Masse mal Beschleunigung, also m mal v. Und das kann man sagen als Schwung, aber nicht mit Drehung, sondern Schwung in linearer Richtung. Ja, und wir wissen, wenn wir mit hoher Geschwindigkeit im Auto unterwegs sind, dann ist es relativ mühsam zu bremsen, wenn man jetzt eine Notbremsung macht. Man kämpft gegen diesen Schwung an mit Reibung. Und das nennt man den Schwung, den nennt man Impuls. Ja, und hier ist das mal gezeigt, Impulserhaltung. Jetzt nehmen wir mal an und das ist hier so eine schöne Wikipedia-Animation. Hier ist der Link mit dem Hersteller, also derjenige, der das hier programmiert hat, ist hier angegeben. Hier wird gezeigt, typische Impulsehaltung. Wir haben zwei Massen, die die gleiche Masse haben, also gleich schwer sind. Das kann man z.B. mit Billardkugeln machen. Auf dem Billardtisch geht das wunderbar. Wir haben also eine Billardkugel oder hier ist eben so ein viereckiger Block und wir haben keine Reibung im System. Reibung macht es immer alles ein bisschen kompliziert. Der Block kommt also an und der andere Block, der im Weg steht, der ruht. Und wenn die jetzt so miteinander zusammenstoßen und der Physik nennt man das einen elastischen Stoß, da wird also nicht beim Zusammenstoßen irgendwas deformiert oder so, also bei Billardkugeln ja auch nicht, sondern es wird nur der ganze Impuls wird übergeben an diese ruhende Masse und wegen der Impulserhaltung und die Massen sind gleich groß, muss der ganze Impuls übertragen werden und das Resultat ist, dass die anrollende Masse oder anrutschende Masse, dass die stehen bleibt, weil eben die Massen gleich sind. Und nur bei gleicher Masse geschieht das, dass die stoßende Masse genau in Ruhe bleibt und die andere Masse geht mit der gleichen Geschwindigkeit, das ist dieser Vektorpfeil hier mit V, mit genau der gleichen Geschwindigkeit rutscht diese zweite Masse weiter. Und das ist so die Dokumentation dieses Erhaltungssatzes. Das ist ein fundamentales Naturgesetz. Da kann man sich auch überlegen, hier in dieser zweiten Animation, was passiert, wenn die beiden Massen mit jeweilig gleichen Geschwindigkeiten in diesem Fall, also die Pfeile hier zu Beginn, jetzt sind die beiden Pfeile gleich groß, aber die eine Masse ist doppelt so groß wie die andere, also die schwarze ist doppelt so groß wie die blaue. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Frontalzusammenstoß, um mal ein dramatisches Beispiel zu nehmen, zwischen so einem Kleinwagen und so einem großen Riesenauto aus dem SUV. Und wir sehen, was dann passiert, ist, dass die große Masse, die wird beim elastischen Stoß, also wird nichts deformiert, ja, wir nehmen also ideal elastische Autos an, die wird reflektiert, fährt wieder zurück und auch die blaue Masse wird reflektiert. Nur, es gibt jetzt einen Unterschied, weil die Massen nicht gleich groß sind. Die große Masse hier, die 2M-Masse, die wird zwar auch in der Geschwindigkeit umgekehrt, aber sie hat eine viel kleinere Geschwindigkeit als vorher. Ein Drittel ist es nämlich in der anderen Richtung, währenddessen diese kleine Masse hier 5 Drittel V bekommt, das heißt, sie rollt schneller zurück, als sie gekommen ist. Es wird also Impuls von der großen Masse auf die kleine Masse übertragen. Und das sind alles Anwendungen dieses Naturgesetzes, wenn man den Impulserhaltung setzt, das ist einfach eine Formel, wenn man den kennt, kann man genau ausrechnen, was mit diesen beiden Massen passiert, also genau diese Animation. Und am Beispiel unseres Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge, muss man jetzt bedenken, was sind das denn für Beschleunigungen denn für die Insassen, also die sollen ja möglichst jetzt nicht keinen Schaden erleiden, es ist nicht die Masse oder sonst was wichtig, sondern die auftretenden Beschleunigungen. Und eine Beschleunigung ist die Änderung einer Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeitsänderung von der großen Masse ist viel kleiner als die Änderung der Geschwindigkeit der kleinen Masse. Denn hier ändern wir die Vorwärtsgeschwindigkeit plus V in eine Rückwärtsgeschwindigkeit minus 1,3 V. Das muss ich addieren. Das heißt, die Geschwindigkeitsänderung ist 1,3 mal diese Grundgeschwindigkeit. Währenddessen die kleine Masse, die hat Vorwärtsgeschwindigkeit V, wird in eine Rückwärtsgeschwindigkeit 5 Drittel V umgewandelt und da kommt 8 Drittel V raus. Das heißt, die Geschwindigkeitsänderung ist für die kleine Masse viel größer. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn ich mit sehr kleinen Fahrzeugen herumfahre, weil bei irgendwelchen Zusammenstößen sind die Insassen in massearmen Fahrzeugen, die sind eben ziemlich gefährdet, weil da schnell hohe Beschleunigungen auftreten. Das ist eine Anwendung des Impulserhaltungssatzes. Natürlich kann man mit Airbags und allem möglichen da die Menschen schützen, aber so Masse ist schon mal eine gute Idee für das Schützen. Ist natürlich nicht klimafreundlich mit schweren Autos rumzufahren, aber der Impulserhaltungssatz sagt uns auch was über die Sicherheit von Fahrzeugen. Das als Anwendung des Impulserhaltungssatzes. Das ist der zweite große Erhaltungssatz der Physik und es gibt einen dritten. Und der dritte ist der Erhaltungssatz des Drehimpulses. Ich hatte ja gerade gesagt, Impuls ist sowas wie Schwung in geradeaus Richtung. Und jetzt gibt es dasselbe für Drehbewegung. Und das ist der Drehimpuls. Könnte man denken, das ist das gleiche? Nein. Drehung ist in unserem Universum was anderes als eine geradeaus Bewegung. Ja und der Erhaltungssatz des Drehimpulses, der wird hier in einem YouTube, das habe ich versucht hier mal einzubinden. Ich hoffe, das funktioniert. Ich starte das jetzt gleich aus einer Vorlesung von Walter Lewin oder Lewin. Das ist so ein genialer Kollege aus den USA. Genial. Der ist sowas von didaktisch begabt und der macht es mit Experimenten. Das ist vollkommen beeindruckend. Ja und der hat eben YouTube E-Mails, YouTube Videos und da habe ich eben eins gefunden, was eben diese Drehimpulserhaltung sehr dramatisch darstellt. Oder nicht dramatisch, aber eindrucksvoll darstellt. Und ich will das jetzt mal starten hier, wenn das nicht zu widerwillig ist hier in der Präsentation. Okay, also ich glaube, ich werde das dann also in das Video einbinden. Er zeigt hier, also es ist ein englischer Ton, aber ich spreche mal, also er zeigt erst mal, was mit einem Rad, was sich nicht dreht, dann ist ja einfach irgendein nixbeliebiger Gegenstand passiert, wenn ich das asymmetrisch aufhänge an einem Draht. Also hier am Rand der Achse und der zeigt, wenn ich das aufhänge, das muss man jetzt nicht demonstrieren, er hat es dann von Hand gemacht. Es würde natürlich sofort umkippen und vertikal nach unten hängen. Und das ist jetzt nicht so aufregend. Aber wenn das Rad sich dreht, dann sieht es ganz anders aus. Was er jetzt macht ist, er nimmt das Rad und hat da so einen kleinen Elektromotor an seinem Schreibtisch montiert und das dreht sich also und dann kann er dieses Fahrrad, also es ist einfach das Vorderrad eines Fahrrads, kann er auf eine ordentliche Geschwindigkeit bringen. Und dann macht er dasselbe nochmal. Er hängt es stark asymmetrisch an der Achse auf. Also jetzt beschleunigt er es erst mal ordentlich. Wir sehen, das Rad dreht sich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Also wir brauchen für die Drehimpulserhaltung brauchen wir schon ordentlich Geschwindigkeit, damit man das auch gut sieht. Und jetzt hängt er es wieder an der Seite auf und das Rad kippt nicht mehr um, sondern es fängt an zu präzedieren. Das ist eine Präzisionsbewegung. Aber es kippt nicht nach unten, sondern die Achse bleibt horizontal. Und das ist der Drehimpulserhaltungssatz. Also eine Auswirkung des Drehimpulserhaltungssatzes. Das Rad will schon eigentlich nach unten umkippen und deswegen macht es dann diese merkwürdige Drehbewegung hier, eine Präzision. Aber im Prinzip kippt auf jeden Fall die Achse nicht nach unten. Und das ist eben die Aussage des Drehimpulserhaltungssatzes, dass bei einer Drehbewegung die Achse zunächst mal raumfest ist. Sie ist hier nicht genau raumfest, sondern sie dreht sich ja in der Präzisionsbewegung, weil ein Drehmoment, also die Gravitation schon auf die Achse wirkt. Aber im Prinzip kippt sie jedenfalls nicht nach unten. Und das ist genau die Erhaltung des Drehimpulses hier. Sehr dramatisch dargestellt. Ich hoffe, dass es eine Veranschaunötigung ist, dieses Effektes. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt keine Kräfte auf einen Kreisel auswirken, sondern er kreiselt einfach nur, dann bleibt seine Rotationsachse im dreidimensionalen Raum, Zeitgefüge unseres Universums absolut ausgerichtet. In immer dieselbe Richtung. Und das haben wir bei der Erde auch. Die Erdachse schaut im Augenblick immer Richtung Polarstern. Das ist allerdings nicht immer so, weil auch die Erde ähnlich wie dieses Fahrrad, der Fahrradreifen hier, auf den gibt es auch, auf die Erde wird auch ein Drehmoment ausgewirkt. Und dadurch gibt es eine sehr langsame Präzision mit einer, ja einmal in 21.000 Jahren oder sowas präzendiert die Erdachse. Sie zeigt also nicht immer in Richtung Polarstern, aber schon einige hundert Jahre lang ungefähr in Richtung Polarstern. Das ist die Drehimpulserhaltung. So, jetzt haben wir diese drei großen Erhaltungssätze der Energie beziehungsweise Masse des Impulses und des Drehimpulses ein wenig erläutert. Und jetzt kann man sich fragen, wieso gibt es diese Erhaltungssätze? Also zunächst mal sind die Physiker so froh, wenn sie überhaupt ein Naturgesetz finden. Und dann gibt es immer irgendwelche Leute, die fragen, ja warum ist das so? Wieso ist denn die Energie erhalten? Muss das so sein oder gibt es da einen Grund für? Und in der Tat, da gibt es eine geniale Physikerin, die hat eine Begründung gefunden. Sie kann, Emmy Noether ist das, sie kann begründen, warum es diese Erhaltungssätze gibt. Speziell diese drei, aber auch noch ein paar mehr. Und das hat was mit Symmetrien zu tun. Da gibt es einen sehr schönen Artikel hier in Welt der Physik, Thema Symmetrien, kontinuierliche Symmetrien und das Noether Theorem. Das ist Emmy Noether. Und das Titelbild von diesem Artikel in Welt der Physik, das ist hier dieses Kirchenfenster und das ist glaube ich vom Notre Dame, also von dieser großen Kathedrale in Paris. Und es geht den Menschen, dem Menschen immer um Symmetrien oder häufig. Man möchte Symmetrien finden, weil dann hat man das Gefühl, man hat was verstanden. Und auch diese Erhaltungssätze haben was zu tun, also dieses Fenster hier ist da, ist eben ein Sinnbild der Symmetrie. Man glaubt, dass man oder man weiß, dass man diese Erhaltungssätze aus Symmetrien unserer Raumzeit zurückführen kann. Also eine Symmetrie zum Beispiel von diesem Rohr hier, was ich immer als Zeigestock verwende, ist erstmal, das ist also erstmal in der linearen Richtung ist es immer gleich. Also es ist an dieser Stelle hat es den gleichen Querschnitt wie hier und dann hat es eine Rotationssymmetrie entlang der Längsachse, da kann ich es drehen und es ist immer das Gleiche. Also wenn ich das jetzt um 90 Grad drehe, sieht es genauso aus, das nennt man eine Rotationssymmetrie. Das sind so Symmetrien. Oder irgendwas ist spiegelsymmetrisch, es ist links rum wie rechts rum das Gleiche. Das wären so typische Symmetrien. Und man kann die großen Erhaltungssätze eben auf Symmetrien unseres Universums zurückführen. Und welche Symmetrien sind das denn? Also hier ist ein Stück Text aus diesem Welt der Physikartikel. Symmetrien bilden das Grundgerüst, auf dem viele physikalische Theorien beruhen. Also auch die Elementarteichen. Da versucht man diese Vielfalt an Elementarteichen mit diesem komischen Quarks und den Leptonen, das versucht man zu verstehen, indem man nach Symmetrien sucht. Ist auch ein bisschen schwierig bei diesen Elementarteichen. Viele physikalische Theorien beruhen also auf Symmetrien. Dabei liegt unsere heutige Vorstellung von Raum und Zeit, ein enges Zusammenspiel von Symmetrien und fundamentalen Naturgesetzen zugrunde. Im Zentrum dieser Erkenntnis steht das sogenannte Nötertheore. Aus der allgemeinen Forderung der Invarianz, und das ist Unveränderlichkeit, der Naturgesetze von Zeit, Ort und Richtung. Drei Sachen, die invariant sind. Die Zeit, der Ort und die Richtung. Invariant heißt, es ist egal, wo ich mich im Universum befinde, das wäre der Ort. Also an dem Ort gelten die gleichen Naturgesetze wie an einem anderen Ort im Universum. Der Ort spielt keine Rolle. Das ist natürlich schon gut, wenn ich auf der Erde bin, weil sonst würde ich ersticken. Für mich als Individuum, aber für ein Atom ist es vollkommen egal, wo im Universum es sich befindet. Und für eine Geschwindigkeit, das ist die Richtung, ist es egal, in welche Richtung ich unterwegs bin. Das hat was mit der Drehung zu tun. Die Richtung ist egal und die Naturgesetze sind auch invariant gegenüber der Zeit. Das heißt, alles passiert auf die gleiche Art und Weise, egal ob das vor einer Milliarde Jahre oder in einer Milliarde passiert. Das nennt man Invarianz des Ortes, der Zeit und der Richtung. Leitete Nöter die Sätze von der Erhaltung der Energie, des Impulses und des Drehimpulses her, die ganz fundamental für unser Verständnis der Welt sind. Da sehe ich, also genauso wie hier in dem Artikel, das sind vielleicht die grundlegendsten Naturgesetze überhaupt, diese großen drei Erhaltungssätze. Wie gesagt, es gibt noch mehr Erhaltungssätze. Allerdings gibt es da noch ein paar andere, auch sehr grundlegende Naturgesetze, zu denen ich gleich kommen werde. Und zwar ist es so, dass die Energieerhaltung was mit dieser Zeit zu tun hat. Über die Zeit ändern sich die Naturgesetze nicht und daraus kann man mathematisch über sehr schlaue Überlegungen ableiten. Aus dieser Invarianz des Zeitpunktes, dass die Energie- und Masseerhaltung gelten muss. Dann gibt es den Ort, es ist egal, wo irgendwas passiert, daraus folgt die Impulserhaltung und letztendlich die Zeit, die Richtung. Es ist egal, in welcher Richtung ich im Universum unterwegs bin oder in welche Richtung irgendein Stock, hier zum Beispiel dieser Stock, der kann irgendwo hin zeigen. Alle Richtungen im Universum sind gleichberechtigt und daraus folgt die Drehimpulserhaltung. Wir können also diese drei Naturgesetze, Erhaltungssätze begründen. Gut, jetzt kann natürlich wieder jemand fragen, wieso sind alle Zeitpunkte gleichberechtigt? Könnte ja am Anfang des Universums andere Naturgesetze gegeben haben. Ist ja gar nicht selbstverständlich. Aber wir sind schon der Meinung als Physiker, dass sich die Naturgesetze weder mit dem Ort noch mit der Zeit im Universum und auch nicht mit der Richtung verändert haben. Aber das können wir nicht begründen. Das ist jetzt wieder eine Beobachtung. Es ist so, Begründung kommt vielleicht noch. Also man kann immer weiter fragen, warum ist das so? Wie so ein Kind, da hat man irgendwas erklärt und man fragt sich, warum ist die Erklärung denn richtig oder könnte es nicht ganz anders sein? Dann muss man noch tiefer bohren, um eine noch tiefere Erklärung zu finden. Aber immerhin, für diese drei Erhaltungssätze haben wir erstmal eine Begründung in Form von Symmetrien gefunden. Und das finde ich eine tolle Leistung. Hier ist ein Bild von Emmi Noether. Emmi Noether war eine deutsche Mathematikerin, oh war gar nicht eine Physikerin, sorry, eine Mathematikerin, die Anfang des 20. Jahrhunderts als eine der ersten den engen Zusammenhang zwischen Symmetrien in der Natur und physikalischen Erhaltungsgrößen wie Energieimpuls oder Ladung, also Ladungserhaltung komme ich gleich zu, gibt es auch noch, erkannte. Zu jeder Erhaltungsgröße eines physikalischen Systems gehört eine Symmetrie und umgekehrt geht mit jeder Symmetrie eine Erhaltungsgröße einher. Diese sogenannte Noether-Theorie bildet seitdem einen Eckpfeiler der modernen theoretischen Physik. Ja, also das ist nicht bloß ein Eckpfeiler der theoretischen Physik, das hat offenbar ein Theoretiker geschrieben. Es ist auch ein Eckpfeiler der Experimentalphysik, weil ich bin nämlich Experimentator. Okay, das war ein genialer Fortschritt. Man sagt immer, Einstein ist der genialste Physiker, weil er auch am bekanntesten ist mit seiner Relativitätstheorie. Aber das hier, das war auch eine tolle Leistung. Gut, ich sage mal, also diese Erhaltungssätze, die drei großen, dann gibt es noch Erhaltungssatz der Ladung und die Erhaltungssatz der Teilchenzahl. Das ist das mit dem Kanikel. Es gibt nicht auf einmal wieder mehr Partikel im Universum, sondern die Partikel, also die Teilchenzahl, das bezieht sich für gewöhnlich als strenger Erhaltungssatz auf die Elementarteilchen, nicht auf die Atome, aber es gilt hier auf der Erde auch für die Atome. Wir haben einen Erhaltungssatz der Teilchenzahl. Den bleibt über die Zeit konstant. Man kann zwar mit chemischen Reaktionen Atome zu neuen Molekülen zusammenbauen oder auch wieder auseinanderrupfen, aber die Atome selber bleiben erhalten. Und streng gilt dieser Satz für die Elementarteilchen, aus denen die Atome bestehen und die Ladung. Ja, und wir können, wir können durchaus Teilchen aus dem Nichts erzeugen. Und das ist hier eben diese Materie, Antimaterie erzeugen. Da wird aus reiner Energie, das wäre in diesem Fall ein Gamma-Quant, also elektromagnetische Strahlung, eine harte, ja, Radioaktivität ist das eigentlich, harte Strahlung, ein Gamma-Quant. Das kann unter bestimmten Bedingungen seine Energie in Masse umwandeln. Da entstehen aus dem Nichts, aus dem freien Raum, aus der Raumzeit, wird sozusagen wie so ein Hammer, der aus dem Amboss schlägt, da kommen Funken rausgesprüht, da wird hier ein Teilchen-Anti-Teilchenpaar gebildet. Das sind hier Spuren in einer Nebelkammer, farbig markiert, damit man weiß, was es ist. Die sind eigentlich nicht farbig, sondern sind Nebeltröpfchen. Da sieht man hier das Magnetfeld angelegt, dass ein negativ geladenes und ein positiv geladenes Teilchen gleichzeitig erzeugt wird. Das ist ein Dokument der Ladungserhaltung. Die elektrische Ladung ist im Universum erhalten. Das heißt, wenn ich vorher was Ungeladenes habe, dann muss es hinterher als Gesamtsystem auch ungeladen sein. Das Gamma-Quant ist ungeladen. Das heißt, wenn ich irgendwas Geladenes damit erzeuge, dann muss ja auch was entgegengesetzt Geladenes erzeugt werden. Gleichzeitig gilt die Teilchenzahlerhaltung. Und hier haben wir beide Erhaltungssätze, Ladung und Teilchenzahl, dokumentiert. Es entsteht ein Elektron und ein Antielektron, ein Positron. Und die Antiteilchen, die Teilchen der Antimaterie und zu jedem Elementarteilchen, also jedem normalen Elementarteilchen gibt es ein Antiteilchen, die zählen negativ. Das heißt, ich habe hier ein neues Teilchen erzeugt, ein Elektron plus 1 und ein neues Antiteilchen, ein Antielektron minus 1. Und die Summe von plus 1 und minus 1 ist wieder 0. Das heißt, wir haben vorher 0 Teilchen und hinterher wieder 0 Teilchen. Und dann kommt hier noch ein Elektron rausgeschossen. Deswegen kommt das hier raus, weil da auch noch ein Atom beteiligt sein muss, damit der Impulserhaltung das auch gewährleistet ist. Das Gamma-Quant kann sich nicht im freien Raum in ein Teilchenpaar, Teilchen-Antiteilchenpaar umwandeln, sondern es braucht sozusagen als Katalysator noch ein Atom. Und aus diesem Atom wurde hier ein Elektron rausgeschlagen. Das war aber vorher schon da. Das ist also ein Elektron. Und hier haben wir einen anderen Prozess, wo ein anderes Gamma-Quant, das ist unsichtbar, ebenfalls ein Teilchen-Antiteilchenpaar erzeugt hier. Das ist also ein anderes Gamma-Quant, was hier nochmal das Gleiche macht mit höherer Energie. Allerdings, deswegen spiralisieren sie nicht so stark. Ja, das ist also ein Beispiel für die Umwandlung von Energie in Materie, aber nur unter Extrembedingungen. Ich brauche sehr harte Gamma-Strahlung und als Katalysator ein Atom. Aber wenn ich schon neue Teilchen erzeuge, dann muss ich gleich viele Antiteilchen erzeugen. Ja, das ist der Haltungssatz der Ladung. Antiteilchen haben die entgegengesetzt, die elektrische Ladung und der Teilchenzahl. Da haben wir allerdings ein Problem, weil im Urknallmodell war das Universum zwischenzeitlich mal ohne Teilchen, sondern nur reine Energie. Und diese Energie ist dann sozusagen auskondensiert in Teilchen. Nach dem, was wir wissen, müssen dann aber genauso viele Teilchen wie Antiteilchen entstanden sein. Das heißt, unser Universum müsste zur Hälfte aus Antimaterie bestehen. Es gibt aber keine Antimaterie im Universum, haben wir jedenfalls nicht gefunden. Ja, und dann ist das eine der großen fundamentalen Fragen in der Physik. Wo ist die Antimaterie im Universum geblieben? Also es muss eigentlich eine Asymmetrie geben in den Naturgesetzen zwischen Materie und Antimaterie. Die haben wir aber noch nicht gefunden. Wir können nicht erklären, dass das Universum nicht zur Hälfte aus Antimaterie besteht. Zunächst mal kennen wir nur dieses Naturgesetz der Haltung der Teilchenzahl, immer gleich viel Materie, Antimaterie und der Ladung, gleich viel positive wie negative Ladung. Ja, und das passt eben nicht zu der Dominanz der Materie in unserem Universum. Aber das Naturgesetz gilt jedenfalls unter einigermaßen normalen Bedingungen immer. Oder die beiden Naturgesetze. Erhaltung der Ladung und Erhaltung der Teilchenzahl. Nächstes Naturgesetz. Erhaltungssatz der Parität. Ja, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Die Physiker fahren ja ab auf Symmetrien und es gibt die Spiegelsymmetrie. Und damit meint man nicht, dass man einen normalen Badezimmerspiegel nimmt, sich da vorstellt. Dann hat man die gespiegelte Persönlichkeit von sich selber, da ist alles seitenverkehrt. Und das ist dann die gleiche Persönlichkeit. Es sollte dasselbe sein, sondern damit meint man eine Punktspiegelung. Das ist ein dreidimensionaler Spiegel. Also da wird jede Koordinate eines dreidimensionalen Files, eines Vektors in das Negative umgewandelt. Und das ist der gespiegelte Raum. Und diese Parität, also die sollte erhalten sein, wenn also irgendwas eine bestimmte Symmetrie hat, eine Paritätssymmetrie gegenüber dieser Raumspiegelung, dann bleibt das erhalten, egal welches Naturgesetz oder welcher Prozess angewendet wird. Ist also auch ein Naturgesetz. Die Erhaltung der Paritätssymmetrie. Außer die schwache Wechselwirkung ist beteiligt. Da brach eigentlich so eine Panik aus unter den Physikern, als entdeckt wurde, dass die schwache Wechselwirkung, die ist nur im Atomkern aktiv, deswegen ist es ein bisschen schwer, das überhaupt zu untersuchen, dass die die Paritätserhaltung bricht. Da ist die Parität nicht gewährleistet. Und das bedeutet, dass aus der Sicht dieser vierten Naturkraft, der schwachen Wechselwirkung, oder die dritte war es glaube ich in meiner Erzählung, die dritte Naturkraft, schwache Wechselwirkung, dass die die Parität nicht erhält. Das bedeutet, dass unser Universum einen Linksstrall hat. Es bevorzugt eine Linksschraube. Also eine Parität kann ich definieren über einen Drehsinn, also was rechts rum oder links rum dreht. Und weil ich ja rechts rum und links rum kann ich von vorne oder von hinten gucken, das ist andersrum. Da muss ich auch noch eine Vorwärtsbewegung dazu addieren. Das heißt, es ist eine Spirale. Eine Spirale kann ich durch keine vernünftige Operation, also meinetwegen Korkenzieher, da gibt es diese Scherzkorkenzieher. Genau, Scherzkorkenzieher ist falsch rum gewickelt. Und jeder, der eine Flasche öffnen will, also eine verkorkte Flasche mit einem Korkenzieher, dreht automatisch rechts rum. Aber diese Partykorkenzieher, die sind links rum gewendet. Und damit kann man, also da muss man andersrum drehen. Man kann die nicht durch irgendeinen Trick andersrum einbauen, Henkel auf der anderen Seite anbauen. Das kann man nicht in eine Linksspirale, kann man nicht in eine Rechtsspirale umwandeln. Also außer ich mache den Draht gerade und wickele ihn neu, also brutal sozusagen. Aber das ist eben eine Konstante erstmal. Linksrum, eine Linksschraube oder eine Rechtsschraube. Und die schwache Wechselwirkung bevorzugt ein Linksstrall oder eine Linksschraube. Und das bedeutet, zum Beispiel gibt es nur linkshändige Neutrinos, das sind so geisterhafte Elementarteichen, und die sind immer in Vorwärtsrichtung, die bewegen sich relativ schnell, sind die immer linksrum am Rotieren. Und es gibt keine rechtshändigen, also rechtsrum rotierenden Neutrinos in unserem Universum. Unser Universum hat, also mit den Neutrinos, die eben nur die schwache Wechselwirkung machen, und natürlich die Gravitation, aber eben die schwache Wechselwirkung, hat bevorzugt einen Linksstrall. Und das bricht diese Idee der Symmetrie gegenüber der Raumspiegelung. Das Universum ist also insgesamt aufgrund der schwachen Wechselwirkung nicht spiegelsymmetrisch. Und das ist schon ein bisschen komisch. Also man könnte natürlich auch sagen, so what, es ist nicht spiegelsymmetrisch. Viele Sachen sind nicht spiegelsymmetrisch, warum nicht auch das Universum. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass das Universum so einen Linksstrall bevorzugt, zumindest bei der schwachen Wechselwirkung. Und da fällt es eben besonders auf bei den Neutrinos. Ja, dann gibt es eine Zeitumkehr in Varianz. Das ist auch eine Symmetrie. Egal, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft, sie ist gleich. Also die Prozesse sind die gleichen. Jetzt würde man sagen, ist ja Quatsch. Ich kann ja im Alltag nichts rückwärts laufen lassen, dann ist es natürlich ganz anders. Sehe ich ja sofort, wenn ich da die alten Schwarz-Weiß-Filme mit Charlie Chaplin, wenn ich die rückwärts laufen lasse, dann rennen alle rückwärts. Das sehe ich ja sofort. Ja, also es gibt keine Zeitumkehr in Varianz. Aber doch, es gibt sie bei den Prozessen der Physik. Also wenn ich nur wenige Elementarteilchen habe, also eine Kernreaktion oder sowas, die laufen vorwärts oder rückwärts genauso ab. Und ein Beispiel wäre ein Pendel, das ist ein mechanisches Pendel, das ich pendeln lasse. Da kann ich auch nicht erkennen, wenn ich das filme, ob ich den Film rückwärts oder vorwärts ablaufen lasse. Eine Pendelbewegung ist Zeitumkehr in Varianz. Sie funktioniert genauso vorwärts wie rückwärts. Außer es ist Reibung im Spiel. Und Reibung, das ist die Umwandlung von mechanischer Energie in Wärmeenergie. Da haben wir einen Zeitfall. Das ist ein Umwandlungsprozess von mechanischer Energie in Wärme. Da wird die Entropie erhöht und Entropie, was das ist, versuche ich gleich mal zu erklären. Aber da haben wir einen Zeitfall drin. Aber die meisten Prozesse auf atomarer Ebene laufen vorwärts wie rückwärts gleich ab. Die sind symmetrisch in der Zeit, entgegen unserer Alltagserfahrung. Das liegt aber daran, dass wir in so einem Vielteilchensystem hier unterwegs sind. Ausnahme Vielteilchenprozesse. Also wenn ich mehr als zwei, drei Teilchen beteiligt habe, dann gibt es solche Prozesse, da wird die Entropie, das Maß an Unordnung wird erhöht. Also Entropie, mal ganz salopp gesagt, ist ein Maß für Unordnung. Und Unordnung mit zwei Teilchen gibt es nicht. Das ist immer ordentlich. Zwei Teilchen, noch ein Teil. Da gibt es keine Unordnung. Aber wenn ich zehn Teilchen habe, dann kann ich die ordentlich in der Reihe aufreihen oder ich kann sie durcheinander bringen. Da kann ich Entropie schon definieren, erst recht für ganz viele Teilchen. 10 hoch 23 Teilchen in unserer normalen Umgebung. Also Vielteilchenprozesse, da haben wir eine Entropiezunahme und da haben wir tatsächlich einen Zeitfall. Die Zeit vergeht immer in Richtung Zunahme der Entropie. Aber für die meisten fundamentalen Naturgesetze, also in der Mechanik zum Beispiel oder was wir so alles haben oder im Atom, da ist es egal, worum die Zeit abläuft. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber es ist eine Symmetrie, ein Naturgesetz in unserer Physik für die meisten Prozesse auf atomarer oder elementarer Ebene. Dann gibt es noch einen zweiten Prozess, deswegen die meisten Prozesse. Es gibt eine Ausnahme, da kommt man noch zu, das ist die Quantenmechanik. Da gibt es den Kollaps einer Wellenfunktion. Und eine Wellenfunktion, das ist die Darstellung des Zustandes eines Elementarteilchens durch eine Wahrscheinlichkeitswelle. Und die kann durch eine Messung plötzlich kollabieren zu einem Punkt. Dann weiß ich, das Zeichen ist genau an der Stelle. Und dieser Kollaps einer Wellenfunktion ist auch nicht umkehrbar. Der funktioniert nur in Vorwärtsrichtung der Zeit. Da haben wir also auch einen Prozess, der nicht Zeitumkehr invariant ist. Aber die meisten Prozesse der elementaren Physik sind Zeitumkehr invariant. Das ist also auch ein Naturgesetz, ein sehr fundamentales. Dann gibt es noch ein noch fundamentaleres Naturgesetz. Das ist vielleicht fundamentaler als die großen Erhaltungssätze. Das ist die Kausalität. Es muss immer, wenn irgendetwas von etwas anderem bewirkt wird, also ich schalte den Lichtschalter, lege ich um und dann geht das Licht an. Das muss immer in der richtigen Reihenfolge sein. Egal, ob ich mich mit einer lichtschnellen Rakete bewege oder in der Nähe eines schwarzen Loches. Die Ursache-Wirkungs-Beziehung muss immer in der richtigen Reihenfolge passieren. Das wäre die Kausalität. Und mir ist jetzt nichts bekannt, wo es einen Verstoß gegen diese Kausalität gibt in der experimentell beobachtbaren oder auch theoretisch vorstellbaren Physik. Also außer Wurmlöcher, da gibt es ja dann theoretische Physiker, die über Wurmlöcher spekulieren. Da muss man allerdings sehr viel Energie aufbringen, mehr Energie als es im ganzen Universum gibt, um den Raum so stark zu krümmeln, dass wir ein Wurmloch haben, zwischen den Dimensionen. Da kann man vielleicht tatsächlich die Kausalität brechen. Aber wenn man also nicht mehr Energie aufwendet, als das Universum insgesamt besitzt, dann ist die Kausalität ein ganz striktes Naturgesetz. Da gibt es überhaupt keinen Bruch dagegen. Ursache immer vor Wirkung und das bedeutet eben keine Zeitreisen in die Vergangenheit. Denn wenn das möglich wäre, könnte ich ja die Vergangenheit verändern und dann habe ich eine Ursache aus der Gegenwart, die sich auf die Vergangenheit auswirkt. Und das ist undenkbar in unserer bekannten Physik. Aber es ist ähnlich wie mit dem Beam. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Kaum sagt man, irgendetwas ist grundsätzlich nicht machbar. Da kommt irgendeiner und macht es dann doch mit irgendeinem Trick, den man sich heute nicht vorstellen kann. Aber nach unserem heutigen Wissen ist die Kausalität absolut fundamental. Ja und dann gibt es ein bisschen normaler jetzt, also standardmäßige Physik gibt es die Kraftgesetze. Die habe ich jetzt auch mal bei den fundamentalen Naturgesetzen mit einsortiert. Die Kraftgesetze, nämlich das Abstandsgesetz zum Beispiel der Gravitation. Das ist Newton's Gravitationsgesetz und hier gibt es wieder ein schönes Bild aus Wikipedia. Hier unten ist der Link angegeben. Und da gibt es also zwei Massen und die ziehen sich immer an. Und die Anziehungskraft, die sie aufeinander auswirken, die ziehen sich mit den gleichen Kräften an. Das ist auch so ein Naturgesetz. Das ist Newton'sche Axiom, eines der drei Newton-Axiome. Axio gleich Reaktio. Die beiden Kräfte, egal ob wir eine große oder eine kleine Masse haben, die sie aufeinander auswirken in einem Zweikörpersystem, sind gleich groß. Das heißt, die Pfeillänge hier von der großen Masse in blau und der kleinen Masse in grün ist genau gleich. Die gleiche Kraft und hier die Masse bestimmt, also das Produkt der beiden Massen nach Newton's Gravitationsgesetz bestimmt das Produkt aus beiden Massen, wie groß die Masse ist. Wir kennen das schon auf der Erde, wenn ich eine größere Masse habe, dann bin ich schwerer, also werde stärker angezogen. Aber wenn die Masse der Erde auch größer wäre, würde ich auch stärker angezogen werden. Also wenn die Masse der Erde, wenn es einfach ein größerer Planet wäre, dann wäre die Gravitationskraft größer und ich hätte ein höheres Gewicht auf einem größeren Planeten. Und mein Gewicht wird natürlich auch größer, wenn ich mehr Masse habe, also zunehme. Und das ist, die beiden Massen hier, die sich gegenseitig anziehen, die gehen als Produkt ein, M1, M2 und die beiden Kräfte sind gleich groß. Das ist das Newton'sche Axiom, Axio gleich Reaktio, ist auch ein Naturgesetz. Und die Abstandsabhängigkeit, die ist noch wichtig. Hier geht so eine Konstante ein, die überhaupt mal festlegen, wie groß ist die Kraft denn nur eigentlich, Gravitationskonstante. Aber hier steht ein 1 durch R². Das heißt, die Kraft wird kleiner, je größer der Abstand zwischen den beiden Massen ist. Wenn ich weit genug weg bin von der Erde, dann wird die Anziehungskraft zwar nicht null, weil es 1 durch R² wird nie null, auch bei R gegen Unendlich. Ja, so müsste es schon mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt sein, ist immer noch nicht null, aber sehr, sehr klein. Es geht mit 1 durch R² mit dem Quadrat des Abstandes in den Keller. Und diese Abstandsabhängigkeit ist auch ein Naturgesetz. Und das hat was mit dem dreidimensionalen Raum zu tun. Es gibt nämlich die gleiche Abstandsabhängigkeit auch bei anderen Naturgesetzen, Kraftgesetzen, zum Beispiel beim Coulomb-Gesetz. Wir haben zwei Ladungen, hier sind es mal gleichnamige, zwei blaue und hier unten ungleichnamige Ladungen. Die stoßen sich entweder ab im Fall gleichnamiger Ladung oder sie ziehen sich an im Fall ungleichnamiger Ladung. Und auch hier, ganz ähnlich wie zum Gravitationsgesetz, geht in diesem Fall nicht die Masse, sondern die Ladung ein als Produkt Q1 mal Q2. Das ist die Ladung, also Ladung kann man messen, wie stark ist irgendwas geladen, elektrisch in Coulomb. Und der Abstand geht ein mit 1 durch R². Also die gleiche Abstandsabhängigkeit. Je weiter ich entfernt bin von einem Objekt, was mich anzieht, entweder elektrisch oder gravitationsmäßig, umso schwächer ist die anziehende Kraft. Mit einem 1 durch R² gesetzt. Also 1 durch bedeutet, je größer das, was da im Nenner steht, ist, umso schwächer wird die Kraft. Und es geht quadratisch. Und das kann man verstehen, dieses 1 durch R², warum es quadratisch ist. Das hat nämlich was mit dem allgemeinen Abstand von irgendwas zu tun, zum Beispiel von einer Lichtquelle. Da habe ich mal dieses Bild hier gemalt. Wir haben also eine Lichtquelle und betrachten die Helligkeit einer Fläche, die von dem Licht dieser Lichtquelle getroffen wird. Und wenn die Fläche nah dran ist, dann wird sie von einer bestimmten Menge des Lichtes getroffen. Also die Lichtquelle strahlt in alle Raumrichtungen mit gleicher Intensität, ist eine punktförmige Lichtquelle und leuchtet also dieses Quadrat aus. Wenn dieses Quadrat doppelt so weit entfernt ist, dann ist auf dem einen Quadrat hier, also das sind ja jetzt vier Quadrate, kann man eben sehen, muss ich dieses Licht hier eigentlich, weil die Lichtstrahlen auseinanderstreben von dieser Punktquelle, muss ich jetzt im doppelten Abstand auf die vierfache Fläche verteilen. Und ein einzelnes Quadrat der gleichen Größe kriegt deswegen nur noch ein Viertel der Lichtintensität ab. Und wenn wir noch weiter weg sind, nämlich im dreifachen Abstand, dann muss ich das gleiche Licht, was hier nur eine Fläche berührt hat oder getroffen hat, muss jetzt hier neun Flächen, dreimal drei, also dreifacher Abstand, dreimal drei, quadratisch, muss neun, also neun solche Flächen beleuchten. Das heißt, jede Fläche bekommt nur noch ein Neuntel der Lichtintensität ab. Das heißt, mit wachsendem Abstand wird diese Fläche immer schwächer beleuchtet und die Abstandsabhängigkeit der Helligkeit der Fläche geht mit 1 durch R². Also es wird immer dunkler, eine einzelne Fläche hier ein einzelnes Quadrat mit immer weniger Licht ausgeleuchtet und zwar ist die Intensität auf diese Fläche hier proportional zu 1 durch das Quadrat des Abstandes. Und das hat was mit der Dreidimensionalität unseres Raumes zu tun, denn das gilt nur für dreidimensionale Räume. Das hat jetzt ausnahmsweise mal nichts mit der Zeit zu tun, sondern es ist ein rein geometrischer Effekt. Und die Kräfte, sowohl das Gravitationsgesetz als auch das Coulomb-Gesetz zeigen, die gleiche Abstandsabhängigkeit wie der Abstand von einer Lichtquelle, aber es gilt natürlich zum Beispiel auch für Lärmquellen und ähnliches. Also immer, wenn ich mich von einer Ursache oder irgendeiner Quelle entferne, kriege ich mit dem Quadrat des Abstandes immer weniger ab, solange das in aller Raumrichtung gleichmäßig strahlt, wie in dieser Punktlichtquelle hier. Und das gilt eben für allerhand Kraftgesetze, wie ich jetzt zwei Beispiele gezeigt habe. Und das legt nahe, dass die Kraft irgendwie über so etwas wie Licht, Licht sind ja Photonenteichen, die in alle Richtungen, Lichtenteichen, abgestrahlt werden, dass auch die Kräfte über solche Teichen vermittelt werden. Und deswegen haben wir zumindest für drei der Naturkräfte das Konzept der Austauschwechselwirkung über virtuelle Teilchen. Und das, wenn wirklich zum Beispiel die Coulomb-Kraft zwischen Ladungen über solche virtuellen Photonen vermittelt wird, das erklärt dann sofort, dass wir eine 1 durch r² Abhängigkeit haben, eben wie wir es von der Lichtquelle her kennen. Also eine 1 durch r² Abhängigkeit eines Kraftgesetzes, das ist typisch für einen dreidimensionalen Raum. Da haben wir also zumindest einen Teil der Kraftgesetze, nämlich die Abstandsabhängigkeit, zurückgeführt auf eine geometrische Eigenschaft, drei Dimensionen unserer Raumzeit. Ja, also das zu den Kraftgesetzen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Wir haben ja vier Naturkräfte und dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Aber das ist jetzt erstmal die einfachste Darstellung am Beispiel der Gravitation und des Coulomb-Gesetzes. Relativitätstheorie. Das ist jetzt nicht ein einzelnes Naturgesetz, sondern ein Gewebe von Naturgesetzen, die bei großen Gravitationsfeldern und hohen Geschwindigkeiten dann, die das Verhalten der Teichen bestimmt. Ich hatte ja gesagt, die Naturgesetze regulieren wie Verkehrsregeln das Verhalten von Teichen. Und die Relativitätstheorie, die wird vor allen Dingen sehr, sehr klar sichtbar bei großen Massen mit hohen Gravitationsfeldern und hohen Geschwindigkeiten. Und es gibt zwei Relativitätstheorien, nämlich die spezielle und die allgemeine. Die spezielle ist sozusagen für Anfänger. Das ist einfach die Lichtgeschwindigkeit, ist die höchste Geschwindigkeit. Und das Licht ist aus jedem System heraus betrachtet, auch aus einer schnellen Rakete, immer mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und diese spezielle Relativitätstheorie, da kommen solche Effekte vor wie Längenkontraktion und Zeitdilatation in einer Rakete, vergeht die Zeit langsamer. Das ist das Gewebe der speziellen Relativitätstheorie. Und da gibt es ein paar Formeln und das sind die Naturgesetze dazu. Und bei der allgemeinen Relativitätstheorie, da hat Einstein die Gravitation auf die Krümmung der Raumzeit zurückgeführt. Deswegen hier dieser Würfel, der durch eine Masse in der Mitte, also der Würfel hier mit diesen Strichen, zeichnet das Koordinatensystem einer Raumzeit und die ist eben gekrümmt in der Nähe einer Masse. Und damit konnte Einstein die Gravitation und auch die Effekte der Gravitation. In starken Gravitationsfeldern vergeht die Zeit auch langsamer. Die ist eben gekrümmt. Das konnte er damit erklären. Das sind zwei Naturgesetze, beziehungsweise es sind mehrere Naturgesetze, die zusammengefasst werden unter dem Begriff spezielle Relativitätstheorie und allgemeine Relativitätstheorie. Also das hier ein typisches Naturgesetz oder mehrere in diesem Fall. Also wir sehen hier, das was ich immer wieder einblende. Hier ist einfach die Summe der Naturgesetze, der fundamentalen Naturgesetze. Es gibt noch viel mehr, so weniger fundamentale. Aber das hier ist die Übersicht über die Naturgesetze, die ich hier im Laufe dieses Vortrags dann behandelt habe. Ja, jetzt gibt es noch eins. Also Relativitätstheorie hatten wir gerade, allgemeine und spezielle. Jetzt kommt da noch die Quantentheorie. Auch das ist ein Samsurium von Naturgesetzen, also mathematische Formeln, wie die Schrödinger Gleichung etwa, die das Verhalten der Natur jetzt diesmal nicht für große Massen und große Gravitationsfelder, sondern ganz im Gegenteil für das ganz Kleine beschreibt. Also im ganz Kleinen, in der Nanowelt gelten die Naturgesetze der Quantentheorie und die sind uns grundsätzlich fremd. Also ähnlich fremd wie die allgemeine Relativitätstheorie mit der Verbiegung der Raumzeit. Also sozusagen im ganz Großen treffen wir auf uns fremde Naturgesetze, die wir nicht mit unserem Intellekt nicht wirklich erfassen können und im ganz Kleinen genauso. Und jetzt hier mal ein Beispiel. Das ist der Welle-Teilchen-Dualismus. Das ist eine Raster-Tunnel-Mikroskopie-Aufnahme einer Kupferoberfläche und da hat man so bestimmte Atome, ich weiß nicht, ob es Eisen- oder Niob-Atome waren, die hat man so im Kreis angeordnet. Also jedes dieser Kegel hier von diesem Ringwall, das ist ein Atom auf einer Oberfläche eines Festkörpers, Kupfer. Und Kupfer hat diese Leitungselektronen, das ist ja ein elektrischer Leiter und was wir hier sehen, ist nicht eine glatte Oberfläche, sondern vor allen Dingen in diesem sogenannten Quantum Coral. Also Coral ist ja so eine Pferdeweide, die umgrenzt ist von so einem Zaun und das ist jetzt für Quanten, also für unsere Elektronen in dem Kupfer. Wir sehen hier, dass sich da drin so eine Wellenstruktur ausbildet, weil diese Elektronen, die vor allen Dingen in der Oberfläche auch gut sichtbar sind von dem Kupfer, die bilden eine stehende Welle aus und hier sieht man direkt den Welle-Teilchen-Dualismus, also ein Elektron ist sowohl Teilchen als auch Welle für diesen Oberflächenfall einer Kupferoberfläche. Sehr schön zu sehen, es ist eine Welle. Die Elektronen sind Wellen und alle Teilchen haben einen gewissen Anteil von Wellencharakter. Und da Wellen für uns im Alltag was ganz anderes sind, wie zum Beispiel Schallwellen, Lichtwellen oder auch Wasserwellen als Teilchen, wie zum Beispiel so ein Fußball, da können wir das gar nicht verstehen. Da gibt es keinen Begriff dafür oder keine Vorstellung, dass etwas gleichzeitig eine Welle oder ein Teilchen sein kann. Und doch hier dieses Bild, ziemlich berühmtes Bild, das zeigt es. Übrigens findet man das auch wieder bei Wikipedia unter dem Zitel Quantenmechanik. Eine andere Manifestation des Welle-Teilchen-Dualismus ist das Doppelspaltexperiment. Ich habe also zwei optische Spalte, die kann ich zum Beispiel mit Licht beleuchten und dahinter gibt es Interferenzmuster. Nicht weiter verwunderlich für eine Lichtwelle, aber ich kann das auch mit Elektronen machen oder sogar mit Nanopartikeln und kriege trotzdem hinten ein Interferenzmuster. Obwohl man ja denkt, wenn ich das jetzt mit kleinen Fußballchen machen, also C60 zum Beispiel, das ist ein Nanopartikel aus 60 Kohlenstoffatomen, was einem deutschen Fußball sehr ähnlich ist, dann kann ich das da durchschießen und dann denke ich, naja, also das kann ja nur entweder durch den einen Schlitz oder den anderen Schlitz durchgehen und da würde ich eher so ein Schattenmuster von zwei parallelen Strichen auf dem Schirm hinten erwarten, aber nicht ein Interferenzmuster für richtige Partikel. Doch ist es so. Diese Teilchen, auch Nanopartikel, da hat man das inzwischen auch verifiziert im Experiment, die zeigen ein Interferenzmuster, obwohl es Teilchen sind. Interferenz heißt, dass ich eine Welle habe mit einer positiven Phasenlage und der entgegengesetzten Phasenlage, also zwei Wellen, die addiere ich, aber die addieren sich zu Null. Das ist destruktive Interferenz, Auslöschung. Gibt es auch mit Kopfhörern. Neue Lärmschutzkopfhörer können das jetzt. Die können also genau den Lärm als Schallwelle, der von außen einkommt, durch eine genau entgegengesetzt polarisierte oder die Phasenlage ist genau entgegengesetzt, Schallwelle, die sie erzeugen, kompensieren, sodass ich nichts mehr höre. Also es ist nicht Schalldämmung, sondern man erzeugt zusätzlich einen Schall in den Kopfhörern, der den reinfließenden Schall genau durch destruktive Interferenz zu Null bringt. Aber wie geht das denn mit Teilchen? Ich habe einen Teilchenstrahl und dann noch ein Teilchenstrahl und dann kommt destruktive Interferenz, kein Teilchen mehr raus. Das ist nicht vorstellbar. Und doch ist es hier so, am Doppelspalt-Experiment. Das ist der Welle-Teilchen-Dualismus. Ja, und dann gibt es eben ein weiteres Beispiel für die Quantenmechanik, vielleicht das Standardbeispiel, das sind die Zustände von Elektronen im Wasserstoffatom. Das machen wir im vierten Semester, da wird das alles durchgerechnet mit der Schrödinger Gleichung. Und Elektronen, was eben an das Proton im Wasserstoffatom, also Wasserstoffatom ist ja das einfachste Atom. Das besteht aus dem Proton, das Atomkern und dem Elektron. Und das Elektron ist eben ein quantenmechanisches Teilchen, das bedeutet, es ist eigentlich eine Welle. Vor allen Dingen in dieser Welt des ganz Kleinen. Und das sind stehende Wellen. Was wir hier sehen, sind die Orbitale. Tatsächlich kann man es auch als solche Punktmuster darstellen. Das kommt raus, wenn ich den Ort des Elektrons messe. Also ich kann ja in diesem Orbital hier, was ich erstmal ausrechne, ist eine Wahrscheinlichkeitswellenfunktion. Also der Wellencharakter der Teilchen wird mathematisch beschrieben über Wahrscheinlichkeitswellenfunktionen. Und die beschreiben die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Elektron an einem bestimmten Ort in der Nähe des Atomkerns, das ist der schwarze Punkt hier, finde. Und wenn ich eine Messung mache, dann finde ich es mal hier, mal da, mal da, mal da. Aber die Häufigkeit ist unterschiedlich. Und das wird hier in der oberen Reihe, das ist einfach eine andere Darstellung, diese Orbitale, durch eine Verteilung schwarzer Punkte von einzelnen Messungen, die ich machen könnte, dargestellt. Das ist also eine Wahrscheinlichkeitswellenfunktion. Und hier diese scharfen Ränder, die sind nicht wirklich echt, sondern das sind Wellenfunktionen, die nach außen verschwommen abklingen. Das ist dann hier einfach für die Darstellung gemacht, ein scharfer Rand. Die haben aber keinen scharfen Rand, das sieht man besser an diesem Punktmuster hier. Tatsächlich sind diese Zustände des Elektrons in irgendeinem Atom, sind stehende Wellen. Weil das Elektron eben eine Welle ist. Der Atomkern ist auch eine Welle, aber weil die Masse viel größer ist, fällt der Wellencharakter nicht so stark ins Auge. Ja, und als Beispiel für diese Elektronenzustände in Atomen, die sind auch quantisiert, das sind quantisierte stehende Wellen, wie die stehenden Wellen auf einer Gitarrenseite. Da gibt es ja auch die fundamentale und höhere Anregungszustände. Ich kann das veranschaulichen, diese Strukturen von Atomorbitalen durch glattnische Klangfiguren. Da gibt es hier dieses schöne Bild, jetzt muss ich mal ein bisschen zur Seite gehen, damit man es hier rechts auch noch sieht. Dieses schöne Bild hier von Wikipedia von glattnischen Klangfiguren, das sind ja so Eisenbleche oder Metallbleche, da ist Sand drauf. Und ich kann diese Bleche durch Ultraschall anregen zu Schwingungen. Und das sind aufstehende Wellen. Man kann sich vorstellen, das ist meinetwegen im eindimensionalen Fall, ich habe ein langes Metallband, das macht zum Beispiel so eine Flügelschwingung. Aber da gibt es auch noch andere Schwingungen. Und zweidimensional gibt es dann alle möglichen Schwingungen und der Sand hier, der sammelt sich da, wo Knoten sind. Hat sich ja gerade gezeigt bei meinem Metallband, was also eindimensional ist, das macht so eine Flügelschwingung, da würde sich der Sand in der Mitte sammeln, da wo es sich nicht bewegt, weil überall woanders wird er weggeschleudert. Und hier kann ich also diese Eigenschwingungen, diese verschieden geformten Metallbleche sichtbar machen. Und da gibt es eine fundamentale und höhere Ordnung. Und je nachdem, mit welcher Frequenz ich das anrege, kriege ich da unterschiedliche Formen, Geometrien von glattnischen Klangfiguren. Stehende Wellen sind da sichtbar gemacht mit Sand auf diesen Blechen, der sich in den Knoten sammelt. Und das haben wir eben auch hier. Diese Elektronenorbitale sind eigentlich stehende Wellen, Materiewellen. Und damit sind es stabile Zustände. Gut, das ist also ein Eckpfeiler der Quantentheorie. Da gibt es aber noch eine ganze Menge mehr Naturgesetze, als jetzt nur der Welle-Teilchen-Dualismus. Aber es ist also auch ein Gesetzeswerk, könnte man sagen, von fundamentalen Naturgesetzen. Ja, und dann hatte ich ja schon angekündigt, damit wir einen Zeitpfeil bekommen, also die Zeitrichtung, die ja unseren Alltag bestimmt, es geht immer vorwärts in der Zeit, da brauchen wir die Entropie. Und die Entropie möchte ich jetzt nochmal kurz erklären. Das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Entropie bedeutet, dass ich ein Viel-Teilchen-System, da geht nicht mit einem Teilchen, ich muss das mit vielen Teilchen machen, also fünf ist auch eigentlich noch nicht genug, aber ich habe jetzt hier mal fünf Teilchen. Und fünf Teilchen, die symbolisieren jetzt ein Gas in einem kleinen Druckbehälter. Also nehmen wir an, ich hätte jetzt hier einen kleinen Druckbehälter, da ist meinetwegen ja irgendein Gas drin, was man vielleicht gut riechen kann oder so, oder was eingefärbt ist, ein rotes Gas, ja. Und da steht es unter Druck. Ja, und wenn ich jetzt das Ventil öffne, weiß jeder, was passiert. Das Gas fließt aus dem Druckbehälter und wird sich unmittelbar in meinem ganzen Videostudio verteilen. Warum tut es das? Das geschieht von selber und es wird aber auf gar keinen Fall wieder in diesen Druckbehälter von selber zurückfinden. Obwohl jedes einzelne Gasmolekül, rotes Gas, roter Farbstoff, gasförmig, sich frei bewegt. Das bewegt sich die ganze Zeit bei Raumtemperatur. Flippt wie verrückt hin und her. Das heißt, man könnte ja annehmen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft alle Gasatome wieder auf ihrem Weg durch den Raum, weil sie da die ganze Zeit unterwegs sind bei Raumtemperatur, zufällig in dieses Ventil wieder zurückfliegen und sich wieder in dem Ventil, in dem Behälter sammeln. Das heißt, es kommt einfach zurück. Das wäre Zeitumkehrinvariant, ja. Und das verstößt ja nicht gegen die Energieerhaltung. Ich hatte ja vorher das Ausgangssystem, da war ja auch alles in dem Behälter. Ja, und ich habe das hier mal für den zweidimensionalen Fall skizziert. Also wir haben hier unseren kleinen Druckbehälter und jetzt habe ich da mal so ein Gittermuster dahinter gelegt. Ich habe sozusagen die Raumzeit oder den Raum quantisiert und jeder einzelne Schnittpunkt ist eine mögliche Position meiner Atome. Die können also hier jetzt nur auf diesen Schnittpunkten der dünnen Linien liegen. Dann kann ich abzählen, wie viele Möglichkeiten ich habe, fünf Atome, rote Punkte, auf diesem Gitter hier anzuordnen. Und wenn das ein kleines Gitter in dem großen Viereck ist, dann gibt es nur eine bestimmte mögliche Anordnung von diesen fünf Atomen. Ungefähr, also die können nicht übereinander sein, Atome, aber das habe ich jetzt mal vernachlässigt. Ungefähr zehn mal zehn, weil das sind zehn mal zehn Linien. Es gibt also hundert Möglichkeiten für ein Atom, es in diesem kleinen Volumen zu positionieren. Das ist die Zahl der Möglichkeiten. Für fünf Atome ist es zehn mal zehn, also hundert hoch fünf. Hundert hoch fünf. Ich habe also hundert hoch fünf, das ist also eine Eins mit zehn Nullen, wenn ich jetzt nicht falsch liege, doch eine Eins mit zehn Nullen, das sind alle zehn Milliarden. Zehn Milliarden Möglichkeiten, diese fünf Atome in diesem Volumen anzuordnen. Und ich hatte ja gesagt, die Atome sollen sich, das ist in der Thermodynamik so, erstmal zufällig bewegen können. Also zehn Milliarden. So, jetzt betrachten wir die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl der Möglichkeiten, fünf Atome in diesem viel größeren Volumen unterzubringen. Und da gibt es für jedes einzelne Atom 50 mal 100, also nicht mal zehn mal zehn, sondern das ist ein Rechteck, 50 mal 100 Gitterplätze. 50 mal 100, das sind 5.000. 5.000 Positionen und 5.000 hoch fünf Möglichkeiten, da habe ich jetzt hier diese fünf Atome zufällig in diesem Muster anzuordnen. Das sind viel mehr Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich könnte das System einfach frei laufen lassen. Die Atome flippen nach thermischer Bewegung frei herum. Wie wahrscheinlich ist es, dass die sich alle in diesem kleinen Volumen hier mal treffen? Das ist eben extrem unwahrscheinlich, weil eine gleichmäßige Verteilung über dieses Riesenvolumen von 50 mal 100 Gitterstäben ist viel, viel wahrscheinlicher. Und zwar kann man es ausrechnen, Zustand hier unten ist 312 Millionen mal wahrscheinlicher als der hier für fünf Atome. Das heißt, ich muss also allerhand Millionen Jahre warten, wenn ich eine Zeitschrift von einer Sekunde annehme, also auch noch waren es 10.000 Jahre, auf jeden Fall sehr lange warten, bis es über Zufallsprozesse mal wieder passieren wird, dass sich alle fünf Atome in dieser kleinen Ecke hier versammeln. Und das ist die Idee der Entropie. Die Entropie gibt an, wie viele Mikrozustände. Mikrozustände sind konkrete Anordnungen von fünf Atomen in meinem freien Volumen. Da gibt es eben hier 10 mal 10 hoch 5 Möglichkeiten. Und hier unten gibt es 50 mal 100 hoch 5 Möglichkeiten, dieser fünf Atome anzuordnen. So, und jetzt so ein Gas hat ja nicht bloß fünf Atome, sondern es hat 10 hoch 23 oder 10 hoch 24 Atome. Das heißt, ich hätte dann einen Unterschied von 50 mal 100 hoch 10 hoch 23, wäre das wahrscheinlicher. Für ein Gas mit so vielen Atomen ist es unendlich viel wahrscheinlicher, also es ist unfassbar viel wahrscheinlicher, dass es sich gleichmäßig in dem großen Volumen verteilt. Und Entropiezunahme heißt, dass ich die Zahl der möglichen Mikrozustände, Mikrozustand ist das hier, das ist eine konkrete Anordnung meiner fünf Atome, und den Makrozustand, die Atome sind irgendwie gleichmäßig in dem Volumen verteilt. Diesen Makrozustand kann ich durch ungeheuer viele Mikrozustände realisieren. Und ein System in der Natur entwickelt sich immer dahin, dass es mehr Mikrozustände hat, also es entwickelt sich immer zu einem Makrozustand, also Füllen des Gesamtvolumens hin, der durch viel mehr Mikrozustände realisiert werden kann. Eigentlich geht es hier nur um Wahrscheinlichkeiten. Der Zeitpfeil in Vielteilchen-Systemen definiert sich einfach dadurch, dass ein Zustand sich einstellen wird, der durch viel mehr Mikrozustände erreicht werden kann. Und das ist genau die Basis hier, dass unseres, unserer ganzen Wahrnehmung, dass die Zeit in Vorwärtsrichtung vergeht. Und das ist die Entropie. Es ist ein Maß für die Menge an Mikrozuständen, die einen Makrozustand realisiert. Ich gebe zu, dieses Naturgesetz ist ein bisschen sehr sperrig, aber es definiert als einziges Naturgesetz, neben diesem Kollaps der Wellenfunktion, der ist aber auch ein bisschen schwierig, als einziges Naturgesetz in der Thermodynamik den Zeitpfeil. Es ist also absolut fundamental. Die Zunahme der Entropie. Die Entropie bleibt also entweder konstant, das wäre bei reversiblen Prozessen so, oder sie nimmt zu. Und das ist meistens der Fall. Und sie nimmt immer zu, wenn ich irgendeine vernünftige Energieform wie Elektrizität oder mechanische Energie in Wärme umwandle. Weil Wärme ist prinzipiell mit hoher Entropie verbunden. Und deswegen kann ich nicht zurück, weil dazu müsste ich die Entropie senken. Und das geht eben nicht. Ich kann nicht Wärme zu 100% wieder umwandeln in mechanische Energie. Und deswegen haben zum Beispiel die Kernkraftwerke, sind Wärmekraftwerke, also Kernspaltung macht es einfach erstmal warm. Oder auch Kohlekraftwerke, die haben immer diese großen Kühltürme, weil sie die Abwärme, die sie nicht in Strom umwandeln können, irgendwie loswerden müssen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Beispiel von Entropie, wo ich versucht habe, das zu erläutern, und der Tatsache, dass große Kraftwerke diese Kühltürme haben. Da habe ich jetzt eine Beziehung gezogen. Ich hoffe, dass das vielleicht verstehbar ist, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Aber da sind fundamentale Naturgesetze dahinter. Ja, das war's. Jetzt nach meiner Messung habe ich ein bisschen mehr, eine Stunde, 15 Minuten geredet. Das sind hier links die Naturgesetze, die ich durchgesprochen habe und die ich für fundamental einfach mal so festgelegt habe. Ist eine willkürliche Festlegung, ja. Also ich habe das Gefühl, die sind fundamentaler. Das sind diese drei großen Erhaltungssätze, die mit der Symmetrie des Universums verknüpft sind. Dann gibt es noch ein paar mehr Erhaltungssätze, die mit anderen Symmetrien, aber auch des Universums verknüpft sind. Und dann gibt es hier Zeitumkehr in Varianz, die Kausalität, die Kraftgesetze, die Relativitätstheorie, Quantentheorie und dann die Entropie als eine fundamentale Erscheinungsform aus der Thermodynamik. Und dann gibt es dazu abgeleitete Gesetze, Detailgesetze. Und das sind die, die wir zum Beispiel in der Mechanik im ersten Semester erstmal lernen. Also die unzählige Detailgesetze, die hängen eigentlich mit diesen fundamentalen Naturgesetzen zusammen. Das wären die Keplerschen Gesetze, die regulieren, auf welchen Bahnen zum Beispiel die Planeten um eine Sonne unterwegs sind. Die drei Newton'schen Axiome, Axiogleichreaktion, dann F gleich M mal A und dann die Tatsache, dass ohne Kraftwirkung ein Körper einfach geradeaus weiter fliegt. Hauptsätze der Thermodynamik, der zweite Hauptsatz, das ist der mit der Entropie hier und der erste Hauptsatz ist die Erhaltung der Energie. Maxwell'sche Gleichungen, die sagen aus, wie sich das Licht als Welle fortbewegt. Bernoulli-Gleichungen, Navier-Stokes-Gleichungen, Gasgesetze, Kanoprozess, Ohmschissgesetz, Strahlungsgesetz. Da gibt es noch viele andere Gesetze, die eigentlich auch als Naturgesetze qualifizieren, aber eigentlich mit diesen fundamentalen Naturgesetzen ursächlich zusammenhängen. Es gibt also eine Hierarchie der Naturgesetze oder sagen wir mal weniger hochtrabend der Gesetze der Physik. So viel also zu meiner siebten Vorlesung zum Thema Verkehrsregeln im Universum, also die Naturgesetze. Ich hoffe, ich konnte das ein wenig anschaulich erklären. Und neben den Naturgesetzen gibt es dann auch noch die Naturkonstanten. Und die Naturkonstanten sind sowas wie, ja, was im Reisepass so drinsteht, die Charakteristika eines Menschen. Er hat blaue Augenfarbe, weiße oder grüne Haare und ist so und so groß, aber er kann auch kleiner sein. Also die Vielfalt der Menschen, die wird sortiert nach bestimmten Eigenschaften, ja, Körpergewicht und so weiter. Und so ein Universum wie unseres, das hat eben auch bestimmte Eigenschaften. Und das sind die Naturkonstanten, die festlegen, welche Eigenschaften wir haben. Die sind etwas anders als die Naturgesetze. Also die Naturgesetze sind die Verkehrsregeln, aber die Naturkonstanten charakterisieren genau unser Universum. Wobei ich impliziere, dass es vielleicht nur andere Universen gibt. Das wissen wir natürlich gar nicht. Also Lehrbuchwissen ist, es gibt nur ein Universum. Aber jedenfalls gibt es Naturkonstanten. Und da stellt sich die Frage, waren die eigentlich immer konstant? Und wieso sind die so groß, wie sie sind? Aber was ist eigentlich eine Naturkonstante? Darüber das nächste Mal mehr im Weltbild der Physik. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.